Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf ORF 2 beenden und die Übertragung des heutigen Plenartags auf ORF 3 können Sie die Debatte wie immer weiter mitverfolgen. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. ... und speziell auch Frauen informiert werden, wenn sie sich vielleicht überlegen, doch in ein Vollzeitbeschäftigungsverhältnis einzusteigen. Ja, und auch die Flexibilisierung der Arbeitszeit von der Frau Kollegin, das hat ja auch der Kollege Kreuss schon betont, es wäre unmöglich, wenn das nicht flexibler wäre. Und wir erleben es jetzt schon. Es ist schwierig.